Deine Lüxalp hier, ich bin mit deinem weiteren Erfolg, und ich probiere nur so schnell wie möglich das Spiel fertig zu zocken, vielleicht nicht mehr... Ich weiss nicht... Boah... 1 Millionen Parts, aber... Ich meine, das ist jetzt wieder eine dritte Mission oder so, ich weiss nicht... Aber ich bin jetzt in Erinnerung... Fuck... Äh... Hier... Was wollte ich für mich tun? Äh... Tocken... Fertig mal... Half-Life... Genau... Zocken... Dann Half-Life zocken... Genau... Äh... Beim Half-Life gucken ich vielleicht... Ich probiere einfach irgendwie zwei Folgen zu machen, weil... Für dich muss Star-Wars fertig sein... Ich weiß nicht mehr... Ich weiß nicht mehr... Mal... Dramatischen zu machen... Das ist cool hier... Ah... Keine Ahnung... Das sind die ganze Zeit im Spiel... Ich... 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 Sooo... K... Juuuuuuu... Ah... Wie... Schön... So... Nee... Das wollte ich nicht mal... Vor allem sei... Der Dummer... Genau... Finde mich schlau... So... Ja... Haben ich alles gesagt was ich gesagt wollte... Ich war Half-Life... So... Yeah... Ah ja... Das Spiel... Wie lange könnte das dauern... Ehhhh... Ich weiß nicht... Gucken... Sind zwei Missionen... Die Mission... Wird wahrscheinlich ein bisschen... Schon dauern... Gucken... Weil ich schon... Super Sache... Na in Erinnerung von der Mission... Ich weiß nicht genau was dran geschieht... Ähm... Die müssen aber weil... Ne, lange sind... Oh mein Gott... Ich weiß nicht... Ja... Schmein... Weil... Nächste Mission... Gehen wir auf den Planeten... Von den Jedi entstellt... Äh... Dann sind wir fertig... Und... Besiegen wir den Basen... Schmein... 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 Ich lasse mich überraschen... Weil ich mir... Gut... Wurs... Spielsinn... Genau... Schlimm... 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 Kannst du rup-jumpen? Nope... Hm... Aber das Schlimm ist eigentlich... Ich hab mir nicht viel langes abgeholt... Und... Nicht immer hat gefehlt... Dass... Die Sound bis hierher daß... Weil... Ja... Fertun hatte ich einfach... Dann hatte ich ein kleines Problem... Weil... Man sollte nicht abgeholt... Und... Das war dumm... Dann ist das Schrapp-Snight... Dachte... Dann hat meine... Kleine Ewigkeit gedauert... Vielleicht 10 Sekunden... Aber das ist eine Ewig-Geh... Das ist nicht mein Problem... Ich fahre es nicht... Ich habe schon keine Geduld... Gsein... Ich sehe da... Du hast... Fümmer Schwänge Ewigkeit 4 kommen... Oh fuck... Oh fuck... Oh... Nein... Oh... Oh... Lass dich heute nicht... Ich muss dich nachzuhalten... Ehhhh... Gere noch, man... Ich muss... Ob die Redseite raus... Scoren... Das immer... Machen wir die die ab... Das ist die Bande... Bestimmt die Jedi... Ich Quicksave muss... Nun schon lange nicht mehr... Ah... Ich muss einfach wieder... Ok... Chill... Ah... Warte... 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 Okay... Ich mache... Ganz kurz... Kleine Cut... Das wird... Das werde ich gar nicht bei mir gehen... Und dann gucke ich, ob das Sound gut ist... Und dann jumpen ich durch die Welt... Weil ich kann... So... Räumstreck... Äh... Ich habe ein bisschen Milieus gemacht... Weil mir so viel kommt... Dass das ein bisschen zu hart war... Man... Ja... Aber auch nicht mehr ganz minimal Milieus gemacht... Ich meine, dass ich schon bald... Wir kennen nicht jeder... Aber... Geht... Das ist wirklich... Butsi-Butsi-Klang... Ah fuck... Ich muss das schnell machen... Äh... Kriminal... Mhhh... Ich muss die slow motion benutzen... Sch... Wie schnitt... Weil ich fand ein Schei raufjumpen... Den nicht weh... Weeeeee... Oh... Ah... Ah... Oh... Es ist so schnell... Oh... Gunnade Launcher... Hack dabei... Uuuuuh... Was hab du getraff... Haha... Ich weiß nicht... Ah... Nehmen den Roboter... What the heck... Der ist mit Hugs... Das ist wirklich nicht... Das ist echt für einen anderen... Ja... Schlimm... So... Ich sterbe da... Oh bitte... Wer trifft mich? Pfuuu... Das ist auch kriminal... Ich traf mich nicht... Nope... Natürlich nicht... Wahrscheinlich meinen G spielen... Headshot... Ich hoffe... So... Ohhhh... P***... Huuu... Merch... Falsches Geld... Huuu... Ich geh schon tot... Das ist nicht cool... Hm... Kannst du jetzt jumpen... Ja... What the heck... Ah... Kein Power... Man muss... Uuuh... 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 Ne... What the heck... Zinn... Shiloh... Voll derpy... Hoi... Das gefällt mir mit... Hohohohohoho... Das ist das basis... Moment... Ich mein das verserbt so dumm... Aber egal... I'm a genius... Ah... Scheiße... Was du aber nicht... Dat war Epic Fail... Scheiße... Müsst du aber absetzen... Fick'n Schmähn... Ich bin mir sicher... Ich bin mir sicher... Dass er je... Und so sie... Compaired... Uuuh... Uuuh... Nope... Uuuh... Uuuh... Nope... Dann was er... Uuuh... Uuuh... Und... Schuss mal aufzahm... Kudos... Uuuh... Uuuh... La force te treib... Uuuh... Uuuh... Schuss... Pfff... 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 Waz... Ahem... Hallo... Oh... Schuss... Schuss... Ah... Ah... Nope, keine... Ah... 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 Nope... Keine... Das ist da... Du zweine... Hallo? Ah... 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 Nein... Musst du ja schon bald... Dosen ne... Hallo? Ah... Sneaky Bastard... Ich weiß nicht, dass ich alles bekomme. Hallo? Nein. Hallo? Nein. 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 Äh... Was finde ich, Kimi? Wow. Das Spiel hat sich gebeten. Ah, nein. Hallo. Hallo. Oh. Oh. So gefällt mir das nicht. Wah. So. Ich gehe mal da rein. Ich will wissen was du hast. Ninja! Oh yeah. Das ist schlau. Lass dich reden. Ich muss das Slow Motion benutzen. Oder? Nope. Ich muss nur ein Button strecken. Ah, Kriminelle, man muss den Bruder heranjumpen an, äh, Comedy-Man. Gut, dass ich, äh, gut, dass man halt noch abgefallen ist, bis jetzt auch ganz der Bande war, wenn ich keinen Kack gemacht habe. An den schönen Ball, falls ich den Button bringe, aber egal, ich mein, ich mein Quicksack rein. Das ist schlimm, dafür würde ich immer vier und dem's, mein Bruder, ist der Schildkund, oh Pöle, man. Das ist ein zu schwer, wenn er nach, äh, Sachen zu machen hat. Äh, hust, hust, hausaufgaben. Jupp, da, das ist auch wichtig. Kann er, alter, nur gucken, mach deine Hausaufgaben, Mann. Das ging nicht traurig von ihr. Hm, strecken hier schon ab. Fuh! Fuh! Oh, fuck. Oh, ja, ein Mo OP, bitch. Brrrr. Boah, die Plätze sind noch immer scheiße. Brrrr. Okay, sie sind, sie sind nicht groß, aber sie sind sehr schwer. Ich wünsche viel. Oh, ja. Ja, wir sind da, okay. Okay. Oh, mein Gott. Hallo, er wird nicht nicht daut, du hast ja die. Ich weiß jetzt. Hallo. Yep. Let's back up a little bit. Und take off again. Was ist denn da? Ja, 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 ja. Ähm, schweig, dass die Button denn schon gesagt hat. Oh, es ist so slow. Ich Applause. Andreas, Mr. Bum Bum, gut zu wissen, weil ich wusste, dass es nicht von den Spielern selbst gibt. Wo ist der Elevator? Komm da hin und komm ab. Wo sind Sie? Du bist da. Okay. Oh fuck, ich bin gecrusht. Oh doch, nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ich bin überlebt. Mulanke, überlebt. Überlebt ganz nass, das ist Kriminell. Alle da. Der Schwing, der kennt man nicht mehr. Okay. Derp. Ah. Yes. Muschle rauf. Yep. Schmengel. Das aber ein großer Traum ist er. Sie sind am Todesstern. Ich weiß nicht. Schmengel, Schätzle. Egal. So, guck mal wo sie muss. Äh. Den Jumpfett schnittpacken. Slow motion. Getraus geholt. Für das Mann. Hey, yo. Slow motion. Schaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Pfff... Mein Gott! Schacke durch wie mehr ab's schlimm ist. Oh mein Gott! Nimm mal ein Problem! Allah! Duh... Oh! Gib mir ja... Power-Elevator! Du hattest den hier wo radau gemacht. Yep! Mach mein Quick-Safe... Oh mein Gott! Das ist so schlau! Schmal und ein schmuck Quick-Saves! Woah, das war Bessie-Varsch What the heck, you're using Hux to finish the game, yep, that's my mission You're cheating That's not fair I'm a ninja Let's use the power of the blast Oh yeah, sneaky bitch Oh yeah, I'm so genius Oh yeah, you stupid Only stupid kids open the door Oh yeah, I'm a ninja Oh yeah, I'm a ninja Oh, this place will give me the nausea Wow, let's go Where did you go to my position? Fuck Baaa So, wo ist der Jedi? Ich weiß, dass er Jedi ist. Ich kann drücken. Der ist nicht mehr so gut. Eww, das war Wuppe. Geht er auf. Melk getroffen. Ein Sleeten. Ah! Das ist nicht mehr Pro. Oh! 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 I own you! So! Was ist das? Hide das Suckerpart. Feinst Strom? What the heck? What the heck? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Oh, nee. Nee, ich will das nicht. Ah, mach mal. So. Hm. 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 Ich will meine Jener bringen. Ich werde den heutigen Part bestroffen. Und ich werde die Partei behandeln. Weil wir Salo sind. Äh, das sind 15 Minuten. Ne, Mann. Ich mag mal. Ich schaffe mal. Danke, sie mag mal. Nichts gehe rein, aber ich dauere. Kotor. Nee, nicht Kotor. Das ist ein anderes Spiel. Das ist Bassa wieder. Ich weiß nicht. Schon das Spiel nicht gespielt? Dafür kann ich nicht so. Schon nicht mehr mit dem heute gespielt. Dann, äh, nicht leicht. Dann, ich weiß nicht, wir werden nach. Ich werde schmerzen. Ich muss nach dem Part bleiben. Bla, 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 bla. Tschüss!